Willkommen in diesem wunderschönen und äußerst praktischen Ford Transit Custom Trend der Länge 1. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür rechts und Doppelfügeltüren hinten erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Vinylboden und eine hohe Seitenverkleidung. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Vorne gibt es Platz für drei Personen, viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, LED-Licht und Müdigkeitswarner. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Kommunikationssystem Sync 4 gehört ein Radio und Android Auto und Apple CarPlay. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlung am Preis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst praktischen Ford Transit Custom Trend und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Waren zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017